Angefangen hat sich vor 22 Jahren. Da habe ich als Handwerker in Zelle einen Platz bekommen, hier auf dem Zeller Weihnachtsmarkt. Und habe sehr schnell gemerkt, dass hier ein sehr angenehmes Publikum in Zelle ist, welches meine Arbeit zu schätzen weiß. Dadurch ist es gekommen, dass ich die ganzen Jahre geblieben bin, weil ich auch inzwischen ein sehr angenehmes Stammpublikum aufbauen konnte, was immer wieder kommt, mit meiner Arbeit sehr zufrieden ist. Und es auch, selbst wenn ich mal wechseln wollte, es sehr schwierig ist, auf anderen Weihnachtsmärkten Plätze zu bekommen. Ich komme aber sehr gerne nach Zelle, weil eben die Menschen hier in Zelle meine Arbeit sehr zu schätzen wissen und teilweise jetzt schon Kunden in dritter Generation bei mir einkaufen, weil ich schon seit 22 Jahren bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017